Die Ukraine hat am Mittwoch den, nach eigenen Angaben, größten Austausch von Kriegsgefangenen seit dem Einmarsch Russlands durchgeführt. 144 Soldaten beider Seiten seien laut ukrainischem Militärgeheimdienst freigelassen worden, darunter 95 Soldaten, die in Mariupol gefangen genommen worden waren. Die meisten der ukrainischen Soldaten seien schwer verwundet worden und hätten Schuss- oder Schrapnellwunden, Explosionstraumata, Verbrennungen, Knochenbrüche oder Amputationen erlitten, teilte die Behörde mit. Auch prorussische Separatisten im Osten der Ukraine gaben den Austausch von 144 Gefangenen bekannt. Die entsprechende Zahl von Kämpfern der Volksrepublik Donetsk und Russlands kehrten nun nach Hause zurück, erklärte der Leiter der selbsternannten Republik. Es wird angenommen, dass noch Hunderte von Ukrainern gefangen gehalten werden. Ihr genauer Aufenthaltsort ist nicht bekannt.